Drei Tore in sechs Minuten, Bremen schockt den BVB in ihrer Partie. Die Schwarz-Gelben tun sich in einer umkämpften Partie gegen den Bundesliga-Rückkehrer schwer und verlieren bitter. In der Nachspielzeit wird es dramatisch. Was für ein Spiel im Signal Iduna Park, was für eine Nachspielzeit und was für ein Finish. Borussia Dortmund hat am dritten Spieltag einen herben Dämpfer kassiert und 2 zu 3, 1 zu 0, gegen Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen verloren. Julian Brandt, 45, plus 2, und Raphael Guerrero, 77, hatten den BVB in Führung gebracht, Lee Buchanan, 89, Niklas Schmidt, 90, plus 3, und Oliver Burke, 90, plus 5, drehten die Partie noch in der Nachspielzeit für in den Schlussminuten furios aufspielende Gäste. Für Bremen war es der erste Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr. Die Gäste ließen sich vom BVB nicht beeindrucken. Das Team von Trainer Ole Werner stand defensiv gut geordnet und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Jens Stetsch vergab die erste gute Möglichkeit per Kopf, 21. Während sich der BVB in der Vorwärtsbewegung zahlreiche Ballverluste leistete und Anthony Modest im Sturmzentrum in der Luft hing, spielte Bremen ansinnlich. Marvin Dux, 33, und Niklas Füllkrug, 35, verzeichneten weitere Abschlüsse. Dann scheiterte Dux mit einem Freistoß am stark reagierenden BVB-Torhüter Gregor Kobel. Rettung des Sturzs, 33, und Niklas Füllkrug, 35, verzeichneten Dux, 3,4-4-4-5-4-4-4-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-6-6-7-5-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-7-6-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-8-7-8-7-7-7-